Haben wir verlernt zu hören? Im Lärm der Welt? Und haben wir vergessen, wie wir unsere innere Ruhe finden? Oft begleiten uns die Eindrücke des hektischen Alltags bis tief hinein in den Abend. Brauchen wir da nicht einen Raum der Entspannung? Wo wir abseits vom Alltagsstress Zeit für Ruhe finden? Einen Ort, wo wir unseren Träumen nachgehen? Wo das Schönste noch ein bisschen schöner wird, egal wie gestresst wir sind? Einen Raum, der uns das Gefühl vermittelt, in einer Klangwelt sanft zu versinken? Entspannen Sie, schütteln Sie den Alltagsstress ab und genießen Sie den Moment. Die Wahl des richtigen Musiksystems spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das Sonoro CD2 erleichtert Ihnen das zur Ruhe kommen. Ob mit der einzigartigen Dimmerfunktion, mit der Sie bequem Ihr Licht steuern oder vorinstallierten Meditationen und Relax-Inhalten, die Sie sanft in den Schlaf begleiten. Sonoro bietet Ihnen mehr als andere Musiksysteme. Die innovative Lichtsteuerung wirkt am Morgen wie ein natürlicher Sonnenaufgang in Ihrem Schlafzimmer und bereitet den Körper sanft auf das Aufstehen vor. Sonoro CD2 hilft Ihnen dabei, vom Stress des Alltags zu entfliehen. Mit integrierten Meditations- und Relax-Inhalten, welche Sie die innere Ruhe finden lassen. So wird Ihr Raum zum Ort Ihrer Fantasie. Suchen Sie nicht nach Ihrem Lichtschalter oder stolpern Sie durch die Nacht. Nutzen Sie Sonoro CD2 komfortabel als Nachtlicht und verlassen Sie ganz entspannt das Bett. Dank der sanften Dimmung werden Sie weder geblendet noch stören Sie jemanden. Anschließend begleitet Sie Sonoro CD2 bequem wieder in den Schlaf. Das in Deutschland entwickelte Sonoro CD2 vereint ein hochwertiges Klangbild mit 360 Grad Sound, Meditations- und Entspannungsfeatures und modernster Audio-Technik in einem individuellen und designprämierten Musiksystem. Zusammen mit all den Features ist das Sonoro CD2 das strahlende neue Mitglied der Sonoro-Familie. leipsjaerliche Musik José 2 Untertitelung des ZDF für Neuer